Sir John Denim CBFS war ein irischer Schriftsteller. Leben Denim war der Sohn von Sir John Denim D. E. und dessen Ehefrau Eleanor. Nach dem Besuch einer Lateinschule studierte Denim am Trinity College in Oxford. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums wurde er auch gleich als Rechtsanwalt zugelassen. Am 25. Juni 1634 ehelichte Denim seine Frau an. Im Bürgerkrieg verteidigte Denim als glühender Royalist Fahn im Kassel. In den Jahren 1650 bis 1652 hielt sich Denim in den Niederlanden auf. Nach seiner Rückkehr ließ er sich in Böry, Suri nieder, wo er nach dem Tod seiner Ehefrau an am 25. Mai 1665 Margareth heiratete. Mit seinem Gedicht Coopers Hill, in dem Denim die Flusslandschaft der Thämse thematisiert, wurde das Topographical Poem in die englische Literatur eingeführt. Im Alter von 54 Jahren starb Sir John Denim am 10. März 1669 in London. Werke The Poetical Works Archon Books Hamden 1969 ISBN 0-2-0-8-0-0-1-5-5-7 Mmh. 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 Vielen Dank.